Hallo, schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einem neuen Workout gemeinsam mit mir hier auf dem Foodspring Channel. Dich erwartet heute ein 15 Minuten Workout, 15 verschiedene Übungen, 45 Sekunden Belastung und 15 Sekunden Pause und alles was du benötigst, Kurzhanteln, eine Matte und etwas zu trinken. Keine Sorge, wenn du keine Kurzhanteln zu Hause hast, du kannst alle Übungen auch einfach mit zwei Wasserflaschen machen. Bevor wir jetzt gleich loslegen, möchte ich euch noch einmal kurz erinnern. Am Ende des Videos lasst sehr gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Workout gefallen hat und auch sehr gerne Feedback einfach unten in die Kommentare schreiben. Okay, das war's jetzt. Lasst uns loslegen. Let's go! So, giờ auf geht's. So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020